Wunderschönen guten Tag. Ich bin's mal wieder. Ein Video. Wow, wer hätte es gedacht? Es ist eine Weile her. Es ist viel passiert. Es passiert weiterhin viel. Und ich gebe euch mal heute kurz einen Rundown von den Sachen, was ist eigentlich aktuell los. Keine Videos, nix auf Instagram. Was ist da los? So ist ja doch schon untypisch. Vor allem nach meinem letzten Video im November, das ist ja tatsächlich schon jetzt acht Monate her, wo eine gewisse Euphorie da war. So neue Gegend, ich bin umgezogen und so ein Kram. Aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. So viel sei gesagt, die letzten acht Monate waren so emotional, glaube ich, die schwierigsten seit Jahren. Also seitdem ich, weiß ich nicht, 15 bin oder so. Ich wurde mies reingelegt und die ganze Euphorie, die ihr im letzten Video gesehen habt, gehört habt, die ist so ein bisschen abgeklungen im Sinne, was Content, was Videos angeht. Ich habe die Zeit für mich genutzt. Ich habe mich um mich gekümmert. Wie man es vielleicht sieht zum Beispiel, ich hoffe, man sieht es, ich habe ein bisschen abgenommen. Weitere 20, 30 Kilo sind auf dem Weg. Also jetzt sind, ich sage mal so, schwierige Zeit. Ich habe durchaus auch so emotional schwere Sachen auch verarbeitet. Einfach mit so, hey, gib mir einen kurzen Dopaminkick, ich hau mir gerne eine Pizza rein. Manche von euch werden es vielleicht kennen, manche vielleicht nicht. Aber dementsprechend ist doch ordentlich Gewicht draufgekommen. Also sind wir mal, war schon viel. Ich bin jetzt aktuell dieses Jahr knapp, boah, Mathe, 27 Kilo sind es aktuell, 27 Kilo runter. Es sollen weitere 20 bis 30 noch purzeln, je nachdem, wie ich mich fühle, wie es aussieht, wie es funktioniert und so weiter. Dementsprechend eine sehr gesunde Veränderung, wenn man so möchte. Bin auch aktiv, gehe sehr viel raus, sehr viel fotografieren. Also ich bin ja nicht untätig in der Zeit. Aber für Videos oder für Fotos, Großteilen auf Instagram, habe ich halt meistens wenig Lust gehabt. Und ich mache es auch kurz, das wird auch so bleiben. So dieses Jahr wird kein Video mehr kommen. Safe nicht. Also dieses Jahr werden noch ein paar große Sachen für mich anstehen. Aber auch der Plan, woanders wieder hinzuziehen. Ich habe eine grobe Richtung, die ich einschlagen möchte. Und alles weitere ergibt sich, glaube ich. Aber dementsprechend hier, das Fichtelgebirge bietet sich sehr an, um Sachen zu machen, auch fotografisch viel zu machen. Ich habe auch ein paar Fotografen unterwegs und sowas getroffen. Also hier ist auch recht fotografisch viel los. Aber ich führe das einfach nicht, Kamera aufzustellen, den ganzen Wanderprozess aktuell festzuhalten. Das schlägt nämlich ins zweite Thema so ein bisschen ein. Die Videos, die dann kommen werden, werden nicht das sein, denke ich, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, was ich machen möchte. Was es bisher war. Das ganze Technikding, was ich jetzt die letzten drei Jahre gemacht habe. Ja, schwierig. Habe ich nicht so Lust drauf. Habe ich, aber nicht aus einem, also Technik, also Fotografie und Technik sind ja zwei unterschiedliche Sachen, finde ich. Man kann sich sehr für Fotografie interessieren, aber man kann sich auch gleichzeitig für den technischen Aspekt interessieren. Weil ganz ehrlich, dieses ganze Kameraspecs und wie viele Megapixel und wie viele Frames die Sekunde und dass ich jetzt gerade hier in 6K aufnehme und sowas, das hat alles nichts mit Fotografie oder so zu tun. Das ist halt Technik, Nerdkram. Das ist auch cool. Das kann man auch machen. Nur hat das halt wenig mit der Fotografie selber zu tun. Und ich möchte mich, wenn dann, mehr auf die Fotografie konzentrieren, an sich, an dem Prozess, auf die Bilder, auf das, was festgehalten wird und nicht mehr auf Technik. Denn dieses ganze XH2S, die mich jetzt übrigens aktuell gerade filmt, heute gehe ich nochmal ein bisschen drauf ein. Dieses ganze XH2S-Ding, was ich da gemacht habe zu Release, das so viewtechnisch, ich verstehe, warum Leute das machen, aber es hat mir insofern keinen Spaß gemacht. So am Zahn der Zeit und jetzt irgendwie, ich meine, es ist mit einem Arbeitstrip super zusammengefallen, dass ich das gut testen konnte. Aber der ganze, ganze Nacharbeit und sowas und das möglichst schnell rauszuhauen und so. Ich weiß, warum, wie gesagt, ich habe gemerkt, warum Leute das machen, aber das ist nicht meins. Und dementsprechend, und ich weiß auch nicht, vielleicht kennen das Leute in anderen Bereichen, aber wenn ich merke, dass ich Sache, also dass ich eine Sache mache und das ist, wie gesagt, die anderen können das machen, stehen völlig frei. Aber ich halte mich, wenn ich mich mit YouTube beschäftige, da 500 andere Leute hochgespült werden, die das so irgendwie teilweise sehr gut, teilweise so semi-gut und teilweise gar nicht gut machen. Und das ist so eine Übersättigung, dann sehe ich irgendwie nicht den Sinn dahinter, auch wenn ich vielleicht in irgendeinem Bereich eine gewisse Expertise mitbringe, da was zu machen. Ich werde von dem Ding überdrüssig, ich kriege so einen Burnout vom Zugucken und dementsprechend mache ich das dann nicht mehr. Das war, Gaming am Anfang war noch was anderes. Ich habe ja früher das als Gaming-Kanal gemacht und Streaming und sowas, dann war das alles noch ein bisschen kleiner. Jetzt ist das so zugänglich geworden, dass jeder das macht. Es ist so eine Flut an Leuten da draußen und irgendwann habe ich das dann halt seitengelassen, weil da war, und außerdem war auch die Lust so ein bisschen weg, weil auch so ein Zwang dahinter war. Ähnlich ist es auch hier gewesen. So ein gewisser Zwang ist da einfach da. Key-Moment war für mich, dieses Jahr steht eine große Reise noch an. Es geht das erste Mal international. Und ich fliege da mit einer sehr guten Freundin hin und wir hatten uns unterhalten und da meinte ich so, ja, wegen Sachen auf dem Hotelzimmer lassen ist nicht so meins und will ich nicht. Deswegen will ich so packen, dass ich immer alles mitnehmen kann, weil ich will ja doch das Ganze fotografisch festhalten. Und da meinte ich so, aber dann immer den Laptop mitschleppen und so. Und sie meinte, wie so ein Laptop? Warum nimmst du ein Laptop mit? Und dann meinte ich so, ja, abends Bilder bearbeiten und sowas. Und da ist mir erst mal so, so weiß ich nicht, mir vor Augen gehalten worden, dass ich voll in diesem Arbeitsmodus bin, auch wenn ich einfach mal Urlaub machen sollte. So, was denn da los? Und das hat mir gut vor Augen gehalten, dass man in so einer Automatisierung drin ist. So für mich war das selbstverständlich, dass ich den Laptop mitnehme, abends Bilder runterziehe, bearbeite, auf Instagram poste. Das war, weil es eine große Reise ist und das war für mich völlig normal. Und jetzt sieht es so aus, ich nehme halt zwei Kameras mit, ich nehme ein paar Objektive mit, Speicherkarten. Und es wird nichts gepostet, wahrscheinlich sobald ich da, also bis ich da bin wieder. Vielleicht gibt es mal irgendwie eine Story von irgendwas coolem zu essen oder so, keine Ahnung. Aber prinzipiell wird es, werde ich das als Urlaub-Urlaub nutzen. Und auch wenn ich nicht in der Position bin, bei weitem nicht, davon irgendwie zu leben und ich habe auch nie das angestrebt und bin davon zu leben, von Social-Media-Sachen, weil ich glaube, ich bin schlecht darin, der Masse zu gefallen, beziehungsweise Sachen zu machen, nur weil es üblich ist, weil es funktioniert. Ich sehe das in meiner täglichen Arbeit manchmal, wenn es um Promotion-Sachen geht, wo ich persönlich, wo ich einfach persönlich Empfinden habe, das würde mich stören, aber ich bin halt in dem Moment keine Zielgruppe. Und diese Sachen müsste ich theoretisch, wenn ich das hier professioneller machen wollen würde oder effizienter oder für mehr Reichweite, müsste ich all diese Sachen auch machen. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Und dementsprechend, ja, ist das jetzt so, ich mache dann halt Urlaub. Es geht, ratet einfach, es geht, wir sind 20 Stunden, glaube ich, im Flieger. Also es geht weit weg. Wie gesagt, erst einmal internationale Reise, wird aufregend. Und da werde ich natürlich fotografieren und sowas, aber ich werde auch sehr moderat das auf Instagram teilen danach. Und ich werde mir hoffentlich bis nächstes Jahr Gedanken gemacht haben, was ich denn überhaupt genau machen möchte. Es steht noch für mich ein kleiner Roadtrip dieses Jahr an, den ich machen möchte, nur so drei Tage, aber ein anderes Land. Ich bin aktuell ja südöstlich in Deutschland gelegen. Das heißt, ich habe noch recht moderaten Zugriff von der Entfernung her auf die Balkanländer. Das heißt, da wird es mal hingehen. Möchte ich einen kleinen Roadtrip hin machen, ein bisschen wandern, fotografieren und so im Kram halt. Mal andere Sachen sehen. Und voraussichtlich, also ihr werdet davon garantiert nichts sehen. Nicht so wie hier, wo ich sage, dass ich jetzt im Fichtelgebirge bin. Aber voraussichtlich wird es halt weiter nördlich gehen, nordwestlich, so ein bisschen. Das ist der Plan. Und dementsprechend wird das alles ein großes Fragezeichen, was dann überhaupt kommt, was ich denn überhaupt machen werde. Werde ich überhaupt noch was machen? Weiß der Teufel. Aber mir geht es jetzt darum, dass die Kanalmitglieder, die auf dem Kanal hier sind, gerne ihre Mitgliedschaft kündigen. Ich habe gestern Abend noch eine Möglichkeit gefunden, das Ganze zu kündigen. Im Sinne von, ich habe alle Stufen weggenommen, bis auf die 99-Cent-Stufe. Die kann ich nicht wegmachen. Weil ich habe auch bis jetzt Kanalmitglieder gehabt, die monatlich gezahlt haben. Ich habe so viel, man konnte so den letzten Monat oder Monate erstatten. Ich weiß nicht, was da genau. Ich habe den Knopf gedrückt. Ich hoffe, ihr kriegt noch irgendwas wieder, weil hier ist nichts gekommen. Ich bin euch sehr, sehr dankbar für Unterstützung. Und alle 1-Euro-Mitglieder bitte manuell kündigen, weil euch kann ich aus irgendeinem Grund nicht entfernen. Ich habe dann eine ganze Weile geguckt, ich habe nichts gefunden. Und ich kann halt auch die Funktionen irgendwie manuell nicht deaktivieren. Wie gesagt, checkt das bitte einfach aus, guckt euch das an. 99-Cent-Bitglieder, bitte einmal alle die Mitgliedschaft kündigen. Weil hier wird halt, ihr würdet jetzt halt, weiß ich nicht, bis nächstes Jahr. Lass es Mai sein und es kommt was. Dann habt ihr bezahlt jetzt noch irgendwie jeden Monat einen Euro. Das muss nicht sein. Nicht dafür, dass nichts kommt. Ja, was kommen wird, es wird eine große Überraschung sein. Das weiß ich nämlich selber nicht. Es kann sein, dass ich, das Problem ist, ich halte mich persönlich nicht für interessant genug, um Direkt-Content über mich zu machen. Aber es kann sein, das ändert sich auch noch ein bisschen, wenn ich vielleicht, ich habe immer viel zu erzählen. Ihr merkt es immer an dieser Art von Videos, dass ich einfach mein Sabbeln nicht halten kann. Ich möchte dann gern zum Beispiel auf die Thematik eingehen, weil ich jetzt dadurch sehr, sehr viel gelernt habe und weil es ja doch, weil ich auch in die Fallen gelaufen bin. Thema Abnehmen zum Beispiel, einfach da meine Erfahrungen vielleicht zu teilen, man liest so viel und im Endeffekt ist die Lösung dafür so einfach. Ich habe alles probiert und im Grunde läuft alles auf dasselbe hinaus, denn du nimmst nur auf eine Art und Weise ab und den ganzen Spaß. Also das möchte ich aber gerne erst machen, wenn ich wirklich am Ziel angekommen bin, um zu sagen, wie gut das funktioniert. Ich mache das jetzt so seit drei Monaten oder sowas und in den drei Monaten ist jetzt ordentlich was runtergekommen. Fotografie hoffe ich, möchte ich, dass es immer ein Thema sein wird. In welcher Art auch immer. Ich weiß wirklich nicht, was es wird. Darüber kann ich mir aber später Gedanken machen. Die Maschine läuft auf jeden Fall, weil ich mag das Handwerk. Ich mag das Handwerk, Sachen zu filmen. Ich nehme das Material dann, gehe damit an den PC und bearbeite das, Farbe drüber schneiden, irgendwelche Einblendungen machen. Ich mag das Handwerkliche daran sehr. Ich möchte, dass das Hobby nicht aufgeben, weil ich so Spaß daran habe. Nur aktuell fehlt mir der Fokus darauf einfach. Wie gesagt, Fokus liegt aktuell auf mich. Oder auf mich. Ich konzentriere mich aktuell sehr da auf mich, auf meine körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich verbringe Zeit mit Freunden aktuell online, habe da meine festen Termine dafür ein bisschen, habe das Spielen wieder ein bisschen für mich entdeckt. Also Videospiele. Jetzt steht bald arbeitsmäßig ein bisschen mehr wieder und actionreicheres an und dann so verbringe ich gerade meine Zeit. Diese echten Sachen weiß ich gerade sehr zu schätzen mit gewissen Menschen und tobe mich auf dem ein oder anderen Discord in Foto-Communities ein bisschen aus. international und aber auch einfach so eben mit besagter Freundin abends hinsitzen und einfach mal die Bilder gucken und Helgo, das habe ich gemacht und dann einfach ein bisschen in die Tiefe gehen. Es ist schon was anderes als das online zu teilen und das macht einfach viel, viel mehr Spaß. Auch das ist so ein bisschen wie Fotos der Familie machen und dann teilen. Nichtsdestotrotz habe ich auch technisch mich natürlich so ein bisschen mit weiter Sachen angeguckt in der Fotowelt. Ich habe jetzt vor kurzem eine GFX 50 S2 da gehabt, habe damit ein bisschen fotografiert, weil ich am überlegen war, habe ich euch jemals gezeigt, dass ich mir eine Leica gekauft habe. Also Leica M240 aktuell hier mit dem 12 bis 24 Millimeter, Zoom-Objektiv sogar Leica M gekoppelt. Alter, es gibt mittlerweile den Geistenscheiß. Also ich habe eine Leica M, die war ich dabei zu ersetzen, weil ich habe jetzt eine neue Brille. So seit heute habe ich mir heute abgeholt. Ich habe Probleme mit dem Augenlicht gehabt und der Rangefinder hat es mir nicht einfacher gemacht, das Ganze zu nutzen. Deswegen habe ich mich ein bisschen umgeguckt. GFX 50 S2 war dann so die nächstmögliche, so hey, mehr Megapixel, größere Sensor. Kann doch eigentlich sehr geil sein, aber ich habe gemerkt, die ist so unfassbar viel größer und Objektive, die ich dafür haben wollen würde, wären noch viel größer. 35 Millimeter Lieblingsbrennweite von mir, wären auf der GFX 50 Millimeter. Da gibt es ein schönes 45 Millimeter 1.4. Das ist aber einfach so groß und schwer wie all das. Und dementsprechend, ja. Deswegen bin ich da technisch auch noch dran. So hier bei der Fuji hat es euch recht wenig getan. Ich habe die X-T4 verkauft, weil ich auch arbeitstechnisch nicht mehr so eingebunden bin, was das Film angeht. Dementsprechend habe ich die weggegeben. Habe ein paar Objektive verkauft. Ich habe das 33 Millimeter Wildrucks verkauft. Das 23 wird weggehen, denn es kommt bald ein 27 Millimeter 1.2. Das wird noch in meinen Rucksack kommen. 75 Millimeter 1.2 sieht auch noch interessant aus. Aber das mache ich so aktuell. Und ich beschäftige mich weiter mit Technik, aber nicht mehr auf YouTube, glaube ich. Deswegen wartet da auf nichts. So, gern auch die abonnieren. Außer ihr seid drauf gespannt, was unbedingt kommen wird oder so. Müssen wir mal gucken. Aber ja, das ist so das, was passiert, was angestanden ist. Ich habe, wie gesagt, sehr viel gemacht. Ich war auf jedem großen Berg hier im Bereich von einer Stunde Fahrt eigentlich oben. Ich habe Fotos gemacht, habe das Barfuß-Wandern für mich entdeckt. Ich bin ein Barfuß-Mensch. Ich gehe eigentlich immer Barfuß. Winter wie Sommer habe ich in der Wohnung keine Socken an und sowas. Und jetzt habe ich dafür mich entdeckt, wirklich Wanderungen zu machen Barfuß. Großartig. Sehr befreiend. Und ich habe auch hier und da was gefilmt. Ich habe auch das Video, was ich jetzt gerade mache, schon mal aufgenommen. Im März? Im März? Weiß ich nicht wann. Ich glaube im März. Aber ich habe einfach gedacht, was ist das für eine fette Flunner da? Und dann hat irgendwas mit dem Ton nicht gestimmt und sowas. Da habe ich einfach alles wieder sein lassen. Also bei mir kam dieses ganze Gewichtsding war ein sehr großes Frustding. Ich habe mich dann auch gesehen. Ich war ja bei so einem alten Schausteinbruch hier in der Nähe. Habe mich da irgendwie gefilmt. Ich zeige euch das auch gern. Weil mittlerweile sehe ich halt nicht mehr so aus. Ich schwitze zweimal noch wie so ein Esel. Aber gewichtmäßig und optisch hat sich doch, glaube ich, ein bisschen was getan. Und dementsprechend habe ich jetzt auch weniger Probleme, das zu teilen. Aber das ist ein großer Punkt. Das habe ich euch auch nie. So offen war ich nie zu euch. In der ganzen Zeit, auch Leverkusen und Köln und sowas. Es gibt bestimmt an die 20 Videos, die ich nie veröffentlicht habe. Einfach aus dem Grund, weil ich mich mega unwohl gefühlt habe in den Videos. Und da habe ich das Material weggeschmissen. Da gab es halt mal einen Instagram-Post davon oder so. Aber jetzt nichts. Also ich habe das nicht weiter verarbeitet. Einfach weil ich mich selber nicht ansehen konnte. Und der Frust war jetzt so groß, dass ich das in Angriff genommen habe. Und wie gesagt, das läuft jetzt seit drei Monaten. Ich habe nicht die Sorge, in irgendwas zurückzufallen, sondern einfach die Ergebnisse sind gerade viel zu groß. Und zu motivierend, dass ich jetzt einfach damit aufhören würde. Jedenfalls, wo wollte ich damit hin? Alter, ich verliere einfach so schnell den Faden. Ich bin das nicht mehr gewohnt, zur Kamera zu sprechen. Aber ich glaube, ihr versteht den Punkt, was ich damit sagen möchte. Nehmt euch Zeit für euch. Nehmt euch Zeit für eure lieben Freunde, Familie, in der Umgebung. Werde ich genauso machen, so gut es geht. Und werde noch dieses Jahr ein geiles Jahr draus machen, denke ich. Ich habe es mir hier soweit gemütlich gemacht, dass ich zumindest die restliche Zeit hier ganz gut verleben kann, bis ich hier weg bin. Einziges Problem sind aktuell ein bisschen die Nachbarn und sowas. Also Schlaf kommt da gerade ein bisschen zu kurz, um ehrlich zu sein. Manche Menschen sind einfach Wichse. Viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Wartet auf nichts. Lebt euer Leben. Boah, jetzt sind wir hier bei den Kalendersprüchen angekommen. Ich hoffe, also ihr versteht meinen Punkt, wo ich herkomme, wie es weitergehen soll und wird. Werden wir sehen. Wenn ihr wirklich ein Lebenszeichen von mir wollt, dann wahrscheinlich Instagram. Wenig Beiträge, wenig Storys. Aber wenn das kommt, dann kommt was. Das wird auf, also YouTube wird eine ganze Weile nicht bespielt werden. Am ehesten ist da ein Lebenszeichen. Ach, by the way, wenn ihr mich irgendwo im Bereich Fichtelgebirge wandern seht, sprecht mich ruhig an und schreibt mir nicht danach Instagram Nachrichten. Ey, das warst du ja doch. Sagt das gern direkt. Ja, das ist ja am Arsch der Welt und man sollte meinen, da verirrt sich keiner hin. Ich habe mich hierher verirrt. Deswegen sprecht mich da gern an. Mir ist das etliche Male mittlerweile passiert, dass ich wandern war und mich sogar mit Leuten unterhalten habe. Und dann so im Nachhinein ist es halt so, hey, bist du nicht? Mal den von Pietzmied. Also sprecht mich ruhig an. Gibt eine Ausnahme in der Sauna. Wenn ich nackt, schwitzend in einem Raum sitze, bitte nicht ansprechen. Da will ich meine Ruhe haben. Ansonsten ist das völlig fein für mich. Ja, Leute. Gehabt euch wohl. Macht euch eine gute Zeit. Ich werde mir eine gute Zeit machen. Wir sehen uns hoffentlich im Jahr 2024 wieder. Macht es gut. Hau drin. Und tschö. Tschö.